Ich kann nicht von jetzt auf gleich zaubern, leider. So. This game is a satire. This is a no actually downloadable content. Everything purchased in-game coins. So have fun, yeah. So. Ähm. Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen, wie es sich bewegt? Ich starte jetzt einfach mal. Mal gucken. Bewegt sich das Schaf bei euch flüssig? Alles cool? Alles tutti? Ja, dann ist ja gut. Äh. Options. Kann ich hier die Lautstärke noch ein bisschen? Ja. So. Start new game. Oh. Princess. Ich. Und ein abgefuckter Hesel. Draven? Was hat Draven damit zu tun? Motivation. Welcome to DLC Quest. You might notice some missing features, like animation, sound and moving to the left. Ja, ich vermisse solche Sachen wie Animation, Musik oder mich nach links bewegen zu können. Äh. Nichts weiter als ein kleines DLC, nichts was ein kleines DLC beheben könnte. Rede mit dem Shopkeeper. Ist das euer Ernst? Ich kann... Leute. Ich kann mich echt nur nach rechts bewegen. Absolut no sound. Ich kann aber mit dem reden. Dieser böse Typ hat die Prinzessin... ... ... ... Du musst sie retten. Äh... Außerdem hat er deinen Onkel getötet. Du brauchst Drache. Ja, das ist so typisch. Das ist so typisch. Äh. Happy birthday. Ich glaube, er hat sogar das Grundwasser versorgt. Das scheint ein bisschen unwichtig zu sein. Äh. Ich kann mir jetzt tatsächlich DLCs kaufen. Ich kann mir aber nur das Moving Pack kaufen. Experience Next Gen Control. Features Jumping Moving Left. The refunds for the side. Geil. Oh mein Gott. Jetzt habe ich 5 Coins. Was jetzt? Warte mal. Wer ist wieder da für mehr DLC? Animation Pack. Audio. Ich will das... Warte mal. Ne, ich will das Audio Pack. Oh, da spielst du jetzt viel schöner auf einmal. New DLC Pack available. Armor for your Horse Pack. Was? Power to the Horse. Oh. Achso, der Typ hat ins Wasser gepinkelt. Noch schlimmer. Horse. Was? Armor your Horse Pack. Cool. Oh, Animation. Yay. Ich habe ein Schwert. Ich kann mit meinem Pferd. Best Horse ever. Need to chop down some bushes. Ja, das... Yes. Wow, mein Typ kann so... Er heißt Player. Das Schicksal der Welt. Nur wegen Draven. This grinds on about 10.000 turns. Should do it, I think. Warte mal, was? I do in loud studios follow blah, doing blah, blah. This is brain for a reason, is it? Sorry. Pff. Ich muss das jetzt echt... Ist das jetzt euer Ernst? Soll ich das jetzt ernsthaft machen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Danke, lieber Gott. Ob es Süchtige gibt, die das machen können? Mir fehlen aber dafür Münzen. Hm. Dafür fehlt mir Geld. Mir fehlt Geld. Die Musik ist hier irgendwie toll. Hm, Scha... Was? Please don't hurt the sheep. Shepard. Das geht. Äh. Super. I hope nobody attacks my sheep. I let them wander around freely. Haven't even considered it. Player. Shepard. Das ist so... Ich merke, das Spiel ist echt eine Satire. Und das ist geil. Okay, ich könnte mir jetzt mein Schwert holen. Mein Schwertchen. Aber hier ist noch mehr Geld. Das ist hier. Warning. Reports of strange encounters in the area. Okay, gut. Ich habe Angst. Ich gehe wieder zurück. Fuck. Boah, könnte ich aber sein dummes Schaf einfach angreifen? Ohne Scheiß. Ich glaube, ich würde das sogar machen. Yes. Gib mir das. Das ist... Das ist... Das lässt du Schwert benutzen. Ih. 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 Wow. Ih. 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 Wow. Irgend so'n Typ. Dun, dun, dun. Was war das? Oh, someone is really interested. Sorry. Never. Never. Never outspot me. Haha. Psychologische Kriegsführung. Dieses Spiel, ey. Oh mein Gott. Ein Grabstein. Hey. Alles okay? Verhelfen kannst du ein Player. Shepard. Hm. Shepard. 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 Psychologisch. Okay, um an dem vorbeizukommen, brauche ich 50 Münzen. Okay, gut. Das nennt ihr Schwert... Shepard. Shepard. Kwech. Double jump pack every able. Gott, dieses Spiel ist witzig. Wer bist du denn? Hi, I don't have anything relevant to say, current time. What? I'll buy an important role soon, but you don't know that yet. Ah, okay. Cool. Dead end. No, really, just turn back. Ah, fuck you. Too obvious. Sorry. Viel zu offensichtlich. Viel zu offensichtlich für mich. Viel zu offensichtlich. 50. Okay, damit könnte ich mir jetzt diese psychologische Kriegsführung holen. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die the first step was a doozy. Moment. Ah. Hole in the wall. Achievement unlocked. Warte mal, kann ich mich damit hochmogeln? Kann ich mich damit irgendwie... Yes. Haha. Haha. Outsmarted. Fucking outsmarted. Eh. Eh. Wow. Okay, jetzt bräuchte ich... Dafür bräuchte ich das Double-Jump-DLC. Äh, Double-Jump kostet 100. Okay, dann erstmal psychologische Kriegsführung. Dann gehen wir jetzt zu dem Penner da hin. Und machen wir da eh. Eh. Ha, eh. Ha, eh. Ha, eh. Ha, eh. Ach ja, da oben war ich schon. Moteh. Lass mich raten. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Wait. This is the limited edition psychological warfare pack. Sure it is. If it only has a pre-odd exclusive. Yep. Can I have it? Will you leave me alone? Deal. Penner. Ich mach mal, Moment mal. Äh, Options. So. Gut, schon besser. Das macht mir nicht grad ein bisschen zu laut. Gut. Da brauch ich auch das Double-Jump für. Noch mehr Schafe. Okay, das. Doch, das wird sogar was. Ich rieche ja ein Achievement dabei, wenn ich, äh, schafe abmurkse. Ich rieche ja ein Achievement. Und sowas rieche ich ja. So Achievements und so. Wow, da ist was. Das tue ich mir gleich. Okay, auf jeden Fall haben wir gleich genug fürs Double-Jump-DLC. Ich, ich find diese, die Grundidee von dem Spiel so toll. Doch, das ist so. Bei dir ist das Streamen asynchron. Gibt's noch andere, bei denen es unsynchron ist? Wenn ja, dann kann ich da auch nichts für. Kann ich da nämlich auch nichts tun. Joa, versuch einfach mal zu refreshen. I'm a Philip-NPC. I have nothing to... Ich hab nichts Interessantes zu sagen. Hey. You're kidding, right? I don't even know who I got down here. Das ist voll die Verarsche. Auf all diese NPCs, wisst ihr, die immer irgendwo denn nur rumstehen und Derp machen. Das ist so nach dem Motto I am Error. Der Typ hätt's ja auch gleich I am Error nennen können. So. Okay. Ähm, ja. Cha-ching. Big Spender. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal die Sachen hier... So ein Double... Äh, der Double-Jump hier ist geil. Ha! Oh! Oh, oh! Wow, ich hab nicht erwartet, dass der Double-Jump so hoch geht. Okay, hier gibt's viel in Münzen. Warte mal, was? Weiß, 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 weiß? Feedback. Okay, Leute, 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 hier. Feedback, E-Mail-Ban, bla 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 bla. Für alle, die das sehen, ich find's geil. Mir gefällt dieses Spiel. Also, wenn ihr Feedback geben wollt, tut es. Die Leute, solche Leute leben von Feedback. No shit. Die, äh, die haben's verdient, Feedback zu bekommen. Also, wenn das wirklich stimmt, dass man da denen so Feedback schicken kann, äh, dann geil. Okay, das find ich cool. So was, so was mag ich. Weil wir sind in, äh, die Videospielindustrie funktioniert mittlerweile, äh, nur noch so, dass wir die Gamer hinnehmen müssen im Grunde. Und nicht mehr wirklich, äh, mitzubestimmen haben. Okay, da komm ich nicht hoch. Da komm ich nicht hoch. Ne, das, das wird nix. Ne, das, das kann ich vergessen. Da brauch ich wahrscheinlich was anderes noch für. Ein Schaf! Ah! Baff! Dieses Spiel ist toll. Ohne Scheiß, ich liebe es. Es ist so, so herrlich random. Es ist so eine schöne, richtig schöne Satire. Wie momentan im Grunde... Oh, Secret Schaf! Secret Schaf! Secret Schaf, Secret Schaf. I want that secret Schaf. Wow. Nein! Gaffen! You require this, äh... Oh. Okay, du bist später wichtig. Sehr schön. Ich guck nochmal, ob hier unten noch was... Ach ne, warte, hier unten... Ne, hier war jetzt nichts mehr. Ich geh jetzt damit nochmal in die andere Richtung. Mit dem Double Jump. Kann ich mir irgendwas leisten jetzt? Map Pack. Ne, dafür fehlt mir auch noch Geld. Mmh... 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 Ehh... Ehh... Ha... Ehh... Ha... Ehh... Das Spiel ist süß. Ohne Scheiß, ich mag auch den Typen hier mit seinen riesigen Glubschaugen. Aha! Ich wusste es. Da guck ich gleich. Da... Dem Braten trau ich ja nicht. Was? Okay. Da kommen wir da nochmal hin zurück. Aha, bestimmt von hier irgendwie. Wer bist du denn? Hey. Hero. Hier drüben. Ähm... Wat? Mein Name... Mein Name ist nicht Hero. Äh... Gott sei Dank. Du bist gekommen, Held. Ich brauche deine Hilfe. Wir haben... Äh... Meine Kinder geklaut. Und es ist im Dorf. Ich. Oh... Äh... Book of Spells. Warte, Wolf? Wie viele Kinder? And I can't fight my fishing rod. Woa, woa. And Sean, Fishing Rod. I just know my fishing rod. But it's lucky. You are less good to judge and recover than to book and fight my fishing rod. You know what? No. Just know. I don't even know you. Solve your own problems. I'm busy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott. Scheiße. Boah, ich muss was trinken. Ich krieg einen trockenen Hals, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Für alle Spiele, wo man immer und jedes Mal Quests von irgendwelchen fremden Freaks annimmt. Und man sich denkt so, Alter, eigentlich will ich dir gar nicht helfen. Dieses Spiel spuckt diesen Questgebern einfach ins Gesicht. Oh mein Gott. Während ich in Skyrim versuche, hier der Gute zu sein, jedem zu helfen, Quest über Quest annehmen, denkt der ist ja einfach, fuck your shit. Das ist so geil. Top Headpack. Wieder was Neues in meinem Inventar. Okay, also Steam hat's jetzt echt in letzter Zeit mit seinen, äh, mit diesen Sammelkarten, hab ich das Gefühl. Weil ich krieg die ja hinterhergeschmissen irgendwie. Hm. Ohne Scheiß. Dieses Spiel. Ich glaub ja... Moment. Ich geh nochmal kurz zurück. Ich trauer dem Ganzen nicht. Warum, ey? Dieses Spiel. Es ist so toll. Steuerung funktioniert super, wie ich finde. Da war ein Geheimes Schaf. Da war ein Geheimes Schaf. Secret Sheep. Kaffen. So. So. Was kann ich mir jetzt holen? Oh mein Gott. Für fünf Münzen krieg ich einen Hut. Ich brauch diesen Hut. Und jetzt kann ich weitergehen. Sehr gut. Und ich hab einen Hut. Ein Hut. Look at my head. My head is amazing. Give it a lick. Hey Typ. Oh, wie geil. Er ist immer noch hier. Oh, die Musik ist toll. You look familiar. Du siehst bekannt aus. Long lost brother. Ja, mein verlorener, mein verloren geglaubter Bruder. So. Ich glaub ja auch, dass mit den Büschen, hier, äh, dass, äh, dass das mit den Büschen, ich glaub ja, damit wollen die mir sagen, äh, wollen die, glaub ich, Pokémon einen ganz großen Tritt vergeben, weil man da einfach nicht durch Büsche gehen kann. Bad guy hide out of the head. Beware of Troll. No, sir. Ui. Hey, cooler. Ha, 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 ha. I don't even feel that. Oh, no. Ich brauch eine bessere Waffe. Problem. Problem. Er steht da echt, er steht echt da wie so ein Troll nach dem Motto, äh, Problem, Digga. The Zombie Pack. Oh, mein Gott. Ein Zombie-DLC. Oh, hier. Wow. Links war ein Geheimeingang. Meintest du den, den ich jetzt gerade gesehen hab, oder? Ich hab sowieso da, achso, ich könnte sowieso jederzeit zurück, okay. Ja, okay, ähm. Äh, wow. Warte mal, Moment mal, Moment mal. Moment. Wo hab ich was verpasst? Okay, ich hab irgendwo was verpasst, äh? Oh, ich kann jetzt nicht zurück. The same map you own, but at now at night. This is getting ridiculous. There are no refunds for this item. Ah. Ähm. Auf jeden Fall hab ich mir das Zombie Pack. Dann kommt das wo ich mir und dann hab ich hierfür auch noch genug. Wow. Wow. Ich kann Zombies aber nicht mal töten. Sie sind einfach da. Okay, jetzt kann ich immer switchen, sehr schön. Tatsache, da oben ist noch was. Überall jetzt Zombies, was soll das? So. Jetzt hab ich irgendwo einen Geheimgang verpasst, hä? Wo hab ich einen Geheimgang verpasst? Ihr meint doch nicht das hier, oder? Doch, aber okay. Ich seh, ich seh, ich seh, wie das funktioniert. Ah, okay, gut. Danke, 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 danke. Sexy Outfits Pack, was? Oh mein Gott. Ach nee, warte, da oben geht's nicht lang. Fick dich, Zombie. Alter, die Zombies sind ja mal hier mehr als überflüssig. Okay, gut. Okay, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Let the NPCs of the world slip into something a little more comfortable. There are refunds for this. Yeah, yeah. So. Wow. Oh, oh, okay, okay. Dafür ist das da. Sehr schön. Okay, da ist auch noch irgendwie was. Hier ist wieder so viel Geld. Geld, Geld, Geld. Mr. Krabs. Dieser Zombie, er ist so schlau. Find's auch geil, wie die Zombies ja im absolut nichts können. Nicht mal die Schafe interessieren sich dafür. Das ist auch voll schwer manchmal so, die Geheimgänge zu achten, finde ich. Ich übersehe die gerne. So. Geld, Geld, regiert die Welt, regiert das Geld. Ach ja. Das Spiel ist toll. Wow. Das ist doch ein Geheimgang gewesen. Ah. Fuck. Die ganzen Münzen verpasst. Ich hab doch gesehen, dass hier ein geheimer Gang ist. Ich hoffe, ich hab da jetzt alle. Aber ich glaub ja. Der Sound von den Münzen klang ziemlich... ...ziemlich regelmäßig. Ich glaub ja, wenn ich alle Schafe finde und abmurkse, krieg ich ein Achievement. Von daher... ...seh ich einen Grund, diese Schafe hinzurichten. So. So viel Geld. At least it's not stamps. So. Warte mal. Ich könnte mir jetzt tatsächlich... Shiny armor for your horse. There is a ring armor for the side. Das wird schon irgendeinen Grund haben. Ich will mir mein Feld jetzt nochmal angucken. Ups. Ich hab ne Knarre. Und ich kann die Zombies abmurksen damit. Oh mein Gott. Wie geil. Ah ja, warte. Mein Pferd, mein Pferd, mein Pferd. Kann ich mein Pferd töten? Er hat auch ein Bikini an. Ja, ne klar. Ne, mein Pferd will ich nicht töten. Ich will mein Pferd nicht töten. Nein. Moment. Wo ist dieser eine random NPC gewesen? Dieser eine random Typ. Wo war der? Ihr wisst genau, wie ich mein... Alter, ne. Wo war dieser eine random NPC? Der meinte, mach dies und das und dies und das für mich. Okay, mein Pferd ist invincible. Das ist schön. Yes. Ich bin zufrieden. Nichts wie raus hier. Ah. Ups. Links unten ist noch ein DLC. Links unten, links unten. Links unten. Tatsache. Danke, das hab ich voll vergessen. Petpack. Meine Frage. Kann ich eigentlich auch den... Ja, mein Pferd ist invincible. Fuck. Ich kann... Aber da ist still the DLC to buy. What? Try not to think about this logistics. Hahaha. Oh my god. Adorable. Frank. You will buy it at this point. There are... Revers... All the lighting. Ein Goldfish. Ein Goldfish. Ich liebe dieses Spiel. Es ist toll. Wieso kriege ich jetzt ein Scheißende? Was habe ich getan? Ja, aber ich renne jetzt nicht nochmal los und kill alle NPCs, ey. So geil auf Achievements bin ich dann auch nicht. Hey, Troll. Fick dich. So. Das war's? Das war's jetzt echt schon? Das war... Das war das Ende? Natürlich, das Ende muss ich kaufen. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Das Ende muss ich kaufen. Willkommen bei Azuras Wrath. Das Ende musst du kaufen. Ich will's den Zombie nicht. Finish the Fight Pack. Experience the true conclusion of the game. We should have shipped... Shipped this minor weapon to the side. Warum trägt der auch ein Bikini? Verdammt nochmal. Und jetzt ist... Hier, oder wie? Ja. Haben wir schon fast gedacht. Hey, Draven. Jetzt hab ich dich. Lass die Prinzessin frei. Hahaha. Das war lächerlich. Wie hast du... Das... Wie hast du geglaubt, dass wir eine Fortsetzung machen, wenn ich... Ich bin der Böse. Ich sterbe nicht. Ich hab aber kein Problem, dich zu töten. Oh nein. Mein Pferd. Pferd. Wow. Mein Held. Moment. Das ist das schlechte Ende, weil meine... Weil meine Prinzessin mit meinem Pferd abbaut. Jetzt ernsthaft? Und was muss ich tun für das gute Ende? Kann man jetzt mal einer sagen, was ich jetzt für das gute Ende tun muss? Ach, das ist das gute Ende. Okay. Na okay, gut, wenn das... Ach so. Ihr meintet, ähm... Ach so, wenn ich nicht die Rüstung für mein Pferd gekauft hätte, dann wär's das schlechter gewesen, oder wie? Yes, alle Coins, alle DLCs. Ich hab... Ein Award verpasst. Das war das... Und was ist das? A new evil rises. The epic conclusion to the... Und was ist das jetzt? Das ist jetzt einfach Teil 2? Mister, Mister! Äh, kannst du uns helfen? Äh, 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 äh? Something has been attacked, äh, villagers in the night. Come on, follow me. Let's do this. Wait, slow down. No! How many must die to teach me game mechanics? Hahaha. Wie viele müssen sterben, um mir die game mechanics beizubringen? Wow. You serious? Particle spec? Ding, ding, ding. Eiswagen, Hurensohn. Da ist er wieder. Ich hab... Ich hab ihn gehört gerade. Dieser dumme Penner. Ich hab ihn schon wieder gehört. What? Hier lies Sheepo... Oh, nein! Oh, nein! Hier lies Villager John. Pffft. Graber the creature, real talk. He wasn't paying attention. Wow. Hier lies Villager Ryan. Tries to fight, a creature has died from dump damage. Ah, you got the idea. A lot of the villagers have been killed, reckoned. Wow. Wow. Day one patch pack. Day one. Checkpoint pack. Ich müsste die dafür aber auch kaufen, ne? Aber bislang kann ich ja nur Geld sammeln. Day two. What? 75% der Bevölkerung des Dorfes sind von United Kingdom, also England? Du machst Sinn von mir aus, mach was du willst, mach doch, achja ich hab mein Double Jump noch gar nicht. Wow, wer bist du? Wow, hauptsache erstmal ne derbe Referenz auf hier das erste Legend of Zelda, wo man anfängt von mir. Okay, ich hab grad gelesen, wenn man wirklich alle Achievements haben will, muss man einfach alle NPCs killen, in dem alten. Wow. Okay, that's enough, I'm leaving. I'm the middle aged man of the village That makes a lot of sense Can you tell me what's going on here I heard village was in danger Ja, nein But I can't tell you Why not Try something What What Your village is in danger Why are you delaying What meant that? Okay, good Do, 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 do Och Ich hab so viel Geld Jetzt hab ich Partikel Yay Schön Wunderschöne Partikel Sorry about getting in your way earlier Just doing my job Okay Achso, der hätte uns wahrscheinlich erst nicht durchgelassen Bevor wir mit dem anderen Typen da geredet hätten Wahrscheinlich oder so oder wie oder auch immer Incredible Important Pack Unglaublich wichtiges Pack Wunderschön Mal gucken, ob es wirklich so important ist Das Spiel ist echt toll Ohne Scheiß, das ist toll Fuck Ich will mein Double Jump wiederhaben Oh ja, it's much better now I can warn about incredible danger Wait, what was the whole important package thing about? Oh The color text Of course It describes something so important without the message colors Wow There's a dangerous creature living in the east of the village I was taken many of our villages with I explained by the taken of you Yeah I don't know I will find a way Take this sword It will allow you to cut the wine Okay Everyone gets this one Yeah, ich hab mein eh eh wieder Moment, hab ich irgendwas? Nö, nichts Schön zum Rhythmus Wow Jump against the wall Was? Wall Jump Pack Oh Gott, jetzt gibt's Wall Jumps Jetzt muss ich nochmal zurück Boah Und dann fehlt mir das Geld dafür So ein Scheiß Ehh 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 Cave Zone Okay, hier komm ich auch nicht weiter Wie sich jetzt auch dann die Musik ändert Andauernd Okay, irgendwo hab ich dann was vergessen offenbar Links offenbar Sagt man mir gerade Moment, aber da unten Ah ne, ich komm da ja gar nicht hoch Da darf eigentlich gar nicht stehen Dass ich Bioshock spiele Weil ich das eigentlich geändert hab Also dann äh Gib Twitch dir Fehlinformationen Mano Ehh Wieso gibt's hier keine Schafe? Flump Okay, okay Aaaaah Aaaaah Aua Muss ich das Geld jetzt nochmal holen? Nö Aber es sieht witzig aus wie man hier stirbt Finde ich zumindest Mag mir mal einer meiner Mods äh sagen wie viele Zuschauer ich gerade hab? Ich kann grad nicht gucken Ich bin äh zu sehr damit beschäftigt äh zu DLCen Da komm ich nicht durch Ha 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 Hundertdreißig? Hundertdreißig? Wow, hundertfucking dreißig? Krank! Aber geil Fusch! So, jetzt kann ich mir das Jetzt kann ich mir das Jetzt können wir das Walljump DLC holen Aber Warum soll ich mir nicht jetzt schon mal hier das Geld holen? Oh, hier geht's jetzt hin Von da kam ich Okay, gut Ha, hier ist noch ein Pack Parallax Was? Okay, jetzt muss ich eh zurück Flompflomp Ah, Graphics Blablabla Nehm ich Nehm ich Sieht doch schon viel schöner aus Ich geh jetzt trotzdem hier lang nochmal Weil hier war ja auch noch was Man könnte es machen wie in Mega Man Zero Dark Zone Ich glaube ich soll hier noch nicht hin Warte mal, was? Na 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 Ich guck trotzdem nochmal was da drüben war Da ist ja hier ein bisschen freier alles Von daher Hm Ich will da hin Oh, achso Zack, ganz einfach Ist ja easy Na ich geh ja hier nochmal hin Keine Panik Ganz, ganz flockig hier Leute, ganz flockig Hä Wie er sich freut Turn back Great danger head Okay, gut War hier unten nicht noch was? Ne, hier war nichts Okay Geh ich da nochmal lang Da nach unten, so genau Cave Zone Ah, hier hab ich noch was vergessen Aber hier komme ich nicht durch Oh Oh Pew pew Okay, muss ich offenbar später Weil offenbar kann ich damit jetzt noch nichts anfangen So So Ich will ja nichts vergessen hier Das Ah, da ist noch eins Genau, 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 genau Genau, genau Wohin genau? Health Bar Pack Health Bar Pack Wozu brauche ich hier eine Health Bar? Wozu brauche ich hier eine verdammte Health Bar? Wo soll ich jetzt eigentlich genau hin? Oh Cool, ich hab Energie Dude, komm mal runter Ich seh das ja grad Ich seh das im Chat Mal ohne Scheiß Komm runter Toch Bäh Bäh Dude, jetzt reicht's mir mit dir, ey Komm runter, gefälligst Komm wieder, wenn du dich beruhigt hast, ey Digga Mir muss niemand Händchen halten, damit ich zocken kann, nur mal so Meine Fresse, beruhig dich und dann komm wieder Und nimm Koffein frei Ich kann's nicht leiden, wenn man jemanden alles voraus nehmen will Sagen, da hast du was vergessen, hier hast du was vergessen Jenes hast du vergessen Das kann ich nicht ab Ich find die Welt hier cool Auch wenn ich nichts sehen kann Und ich hab keine Ahnung, was hier sein soll Fehlt hier noch was jetzt irgendwo? Ich glaub nicht Doch, da ist ein DLC Dafür muss ich mal runterfallen, okay Ach ja, stimmt Wir haben ja immer noch Probleme mit den Mods Stimmt ja, danke Twitch Canadian Dialog What the fuck Was zur Was? Alan, please, Edward Was? Was? Okay, irgendwie muss ich die Spitzhacke bekommen Irgendwie Keine Ahnung Wie komm ich denn jetzt an die Dings? Äh Weißt schon Ich muss ja irgendwie in die Spitzhacke In die Spitzhacke muss ich ja irgendwie Moment, wo war das jetzt? Hier drüben, ne? Ja, hier Ich will probably take care of those other rocks I can't just take it though It would be rude Maybe later Hä? Was muss ich denn da machen jetzt? Was muss ich denn für den Typen machen? Das ist ja eigenartig Mit meiner Sagen so ein bisschen Ich geh sonst nochmal hier längs Hm Ja, irgendwas geben Ich geh erstmal weiter Pfff Na super Na super, jetzt bin ich wieder hier Okay, da komm ich eh nicht hoch Hm Irgendwas geben Problem ist, ich hab nix Ich geh erstmal weiter Maybe later wir sind immer noch so verdammt warm, ey Ne Spiel Shephard Shephard I heard the creature got you. I thought you were dead. Oh, nein, 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 nein. Genau das Gegenteil, mein Junge, eh? Warte. Du steckst hinter diesem ganzen Desaster? A long time ago, perhaps a different game. You killed my... Äh, heh, 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 yeah. About that. I asked you not to harm, then. I had to sign, heh? Ich hab sogar dich umgebracht, im Grunde. Now everyone else will pay you the price. Prepare to be at the zombie ship. Okay, jetzt macht auch das Sinn. Wow. Wow. Moment. Da war ja was. Hmm, plans. Impossible use of heavy... Okay. Was hat das jetzt gebracht? Kriege ich damit jetzt die Spitzhacke vielleicht? Weil ich brauch die Spitzhacke her. Das hab ich gesehen. Ich brauch die ja hier nach noch. Piu, piu. Ne. Okay. Hm. 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 Hm, 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 hm. Okay, versuchen wir das nochmal. Das... Das da funktioniert doch bestimmt. Ach, egal. Buh, buh. Buh, buh. Buh, buh. Wait. Wouldn't you rather have these plants? Oh, okay. 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 Nein. Mann. Who left off the plants go to feed zombies? Soll das jetzt ein Anspiel auf Plants vs. Zombies sein? Das war eindeutig ein Anspiel auf Plants vs. Zombies. Warte. Komm schon. Spieler. Hei, 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 hei. Shepard, hä? Okay. Alter, das war definitiv, das war so ne derbe Anspielung auf Plants vs. Zombies. Spieler! What are you doing here? Das kann ich dich nicht tun lassen, Star Fox. You see, it's much more of when you're trying to be a hero, eh? I am a hero! I saved the town! Everybody's safe! Safe from what? Zombie sheep? Zombie sheep? Bits, eh? They're far greater than zombies you know! Oh yeah? Like what? Was? He's so sorry I got hands! The fuck? Man! The fuck? The fuck? Position in queue? What the fuck? Alter! Wow! A digger... Connected to server... It's about time! Oh man, dieses Spiel... Oh, Moment! Ich kann hier jetzt hin... Oh! Oh! Ist das hier wirklich das... Ja, ich war hier! Oh! Das macht dann jetzt Sinn! Hier unten ist dann bestimmt noch was, was ich jetzt machen kann! Ja, da ist was, dank meinem Wall Jump! Ich wollte schon immer ein paar mehr NPCs haben! Jetzt ernsthaft! Leute sind hier gestor... The fuck? Okay, jetzt bin ich hier! Jetzt kann mir das, äh, NPC-Pack! Was? Cut-Content-Pack! Das ist area... ...schonf... 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 Sorry... Ähh... Ähh... Kann ich jetzt die Spitzhacke haben, bitte? Darf ich sie jetzt bitte haben, bitte? Sogar hier! Ist der Typ ja weg! Mal gucken. Cut-Content. Applies to players such as Band, reason, let's see you while you're away from this one. Shopkeep. Name change back! Oh man, dieses Spiel. Alter. Oh. Hm, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt brauche ich die Spitzhacke. Okay, ich habe aber einen Plan. Ich habe aber noch einen Plan. Gucken wir uns hier nochmal vernünftig um. Irgendwo muss hier ja was sein. Irgendwo muss ja was sein. Da ist was. Ist doch was. Nö, doch nicht. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Okay, funktioniert nicht. Aber ich kann hier wieder zurück. Na unten. Na unten. Na ganz unten. Vielleicht hat sich ja in dem Bereich hier... Ja, hier hat sich jetzt was geändert. Okay, gut. Sehr gut. Okay, ich bin auf jeden Fall jetzt unten. Sehr gut, sehr gut. Ich bin wieder auf dem Weg. Ich bin wieder im Spiel. 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 Äh. Scheiße. Erstmal hier gucken. Erstmal hier. Jetzt ist ja in dem Bereich hier offenbar was auf einmal. Oder ist das die Cut Zone nur in... Ehh. Ich brauch die. Ich brauch die. Jetzt. Autsch. Also, die Lebensanzeige ist ja mal, äh, unnötig. Ne? Also, da stimmt er mir ja hoffentlich mit ein. So. Ich spring nochmal hier runter. Whee! Jetzt können wir auf jeden Fall das, äh, eine DLC hier kaufen, von wegen Name-Change. Aber hier gibt's ja noch was. Fuck. Äh! Wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt! Okay, aber jetzt kann ich meinen Namen ändern, aber hm. Noch irgendwas verpasst hier? Ich mein, ich glaub's ja nicht. Doch, hier ist noch so ein Typ, mit dem hab ich noch nicht geredet. Oh, where did you come from? None of this was a minute ago, eh? I, I don't know, eh. Na, Tür, na toll. Der Typ ist ja hilfreich. Gut, äh. Gehen wir wieder zurück? Ändern unseren Namen? Gehen weiter unserer Wege. Donut? Player 2. Justin... Bayley! Oh mein Gott Das ist so Alter, dieses Spiel ist echt eine Satire Ohne Scheiße, es nimmt auch solche Sachen Auf die Schippe, so mit Leedspeak Diesen XXen Wow Wow Really Beschtname Ich gucke jetzt nochmal, ich will das immer wissen Wegen der Spitzhacke Das interessiert mich Mano Warum heißt er dich nicht denn XX Schnuffelwurf XX Das wäre doch viel besser So, auf jeden Fall Kommen wir hier jetzt durch Haha I would smart it Gangs No No The Blablabla Shockey Thing Laufen Wart mal was Ouch Okay, gut Speedrun Taktik Bleh So komm, jetzt muss das aber funktionieren hier I need to break some rocks And I have power pick rocks I do But i never need to get some for me Let's just get in comfort Jetzt muss ich wieder in die Dark Zone Game you serious? Schickt mich hier hin und her Aber wow Ich liebe das Dieses Spiel ist toll Ganzen Weg jetzt hier hin wieder So Naja okay Aber das ist nicht unbedingt Das hin und her schicken Ist nicht unbedingt eine Skyrim Anspielung Unfreaking believable Was Wo soll ich das denn jetzt herkriegen? Oh Wo soll ich den Scheiß denn jetzt herkriegen? Wow Das darf mir mal einer sagen Wo ich das jetzt herkriegen soll Ja Andere Richtung Ihr müsst mir sagen wo Andere Richtung reicht nicht Arena? Was für eine Arena? Was für eine Arena? Okay Ganz oben Okay Tatsache Wow 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 Ansef What? Oh my Peridiculous You're barely on me Andere Andere Yes Yes Wow 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 Und wieder zurück, alles zurück und wieder hin und her. Wapp. So. Hey, ist der Bundle? Hey, you're a promise, you're a pickaxe. Yay! Cool, jetzt greifen wir mit einer Pickaxe an. Weeg! Okay, Bonus-Arena hier. Okay, ich sehe, wo das hier hinläuft. Super, das hier wird witzig. Das wird tricky. Und alles für Lotza-Coins. Perfekt! Yay! Yay! So, und hopp! Alles für die Coin... Oh, und für den DLC, offenbar. Für ein... Incredible... Increased HP. You serious? Habe ich jetzt hier alles? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe hier alles. Ja, doch, das... Wobei, ich gucke noch mal ganz... Ich glaube, ich glaube, ich habe hier alles. So. Sonst waren keine Steine außer da oben, ne? Ne, ich glaube, ich glaube, sonst waren da keine. Komm, ich will mehr HP. Komm, ich will mehr HP. Mehr HP. Do want. I'm sorry. Wow, ein Herz. Pass mal auf, wenn ich einen Spike springe, sterbe ich trotzdem wahrscheinlich. Ehrlich? 200 Coins? Das Spiel ist so toll. So. Alle Steine müssen weg. So. Pop Sound brought you by Pop. Pop. Was zur Hölle ist Pop? Wenn es halbwegs Sinn machen würde, würde ich es ja sogar kaufen. Hm. Pop. Was ist hier oben? Okay, also ich finde, also der Part hier ist auf jeden Fall jetzt schon mal länger geworden, auf jeden Fall. Als, äh, das erste DLC-Quest, was ich schon mal irgendwo interessant finde. Ah! Wow, ich sterbe trotzdem durch einmal Treffen. Alter, increased health. Ich sehe da keinen Sinn drin. Und wieso kriege ich noch so viel Geld? Fuck. Moment, was? Ah, von hier komme ich doch, ich Idiot. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist, äh, dieser, äh, bei Pop, dass das auch irgendwie auf irgendwas eine Anspielung ist. Und die Musik looped. Das ist, garantiert irgendwie der Jingle von denen. Aha. Nein! Fuck. Ich bin, wow, ich bin so ein Haufen Müll, Leute. Ich bin so ein Haufen Müll. So ein ganz großer Haufen Müll bin ich. Bah. Hopp. So. War ja zum Glück nicht schwer. Das gesamte Spiel ist also nicht schwer. High Definition Next Gen Pack. Warte mal, war da irgendwo was zum Kaufen? Ich gehe lieber nochmal zurück und... Kauf das. I will buy it. I will buy it. Fällt sich witzig aus mit der Spitzsacke. Das nennt ihr HD? This is not HD. This is not medicine. Aber okay, wenn ihr das als HD seht, von mir aus könnt ihr es gerne als HD sehen. Ich finde, es sieht jetzt schlimmer aus als vorher. Pop-Zone brought to you by Pop. Ich will auch meine eigene Zone. Dein Ernst? Ich muss jetzt nochmal zurück. War hier nicht sonst irgendwie... Ach, hier war doch einer, ich Idiot. 199. Can't run up to the sequence. Get access to the new adventure. Gib mir das. Alter. Von wegen also Schnee-Physics. Das ist hier überhaupt nicht übertrieben. Wobei, so sieht das eigentlich gar nicht mal unnett aus, finde ich. Ah, das Spiel bekommt auf einmal Länge. Zieht sich auf einmal so. Trotzdem vermisse ich meinen Double Jump. Vor allem Season. Ouch! Sieht aber auch schon nett aus, finde ich so. Also der Schnee sieht so nett aus. Relativ. Ich kann doch nicht kurz springen. Wow. Ähm, okay. Also hier. Zack. Da oben ist noch Geld. Oh mein Gott, da ist noch Geld. Yes! Skill! Mein Fail. Ausgeglichen durch Skill. Woo! Wah! Wah! Hier oben ist so viel Geld. Ich habe voll Angst, dass ich irgendwas verpasse. Ich will nichts verpassen in diesem kurzen Spiel. Wieso spielst du kurz, um etwas zu verpassen? Okay, Moment. Ja, okay. Hier geht es auch weiter. Scheiße. Äh! Gut. Gehe jetzt nochmal unten lang. Oben habe ich ja jetzt alles. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Also länger als eine Stunde. Oh! Ohne Scheiß. Also länger als eine Stunde ist das Ganze jetzt ja doch schon. Nur mal so gesagt. Remove ads. Oh! Remove eh! Ah! Remove ads. Verstehe. Dann sind die ganzen Buy-Pop-Schilder wahrscheinlich weg. Auch nicht schlecht. No more Pop! Kein Pop mehr für uns. 200 Coins. 200 Coins. To face me. Perfect. I'll just take those Coins now. And... Wow. Er nimmt mir alles. Mega-Man-Anspielung. Mega-Man. You think... I was born in it. Mold by it. Eh? The DLC betrays you. Because it belongs to me. Äh... Äh... Aber... Wenn das Leben dir Geld gibt, mach eine Limonade draus. Ah! Wie pissig er gerade geworden ist. Habt ihr das gesehen? Ein Football-Helm. Danke. Wollte ich schon immer haben. Wow! Okay, jetzt macht die Energie sogar mal Sinn. Kling. Big Sword Pack. Don't suppose to lie to lie to something to help you out. Cha-ching! Fucker! Oh, good thing that's a one-time-use, then. Oh! So ein Assi. Alter, wie viel schmeißt... Wo hat der die ganzen Hüte her? Und die Hüte sind garantiert echt, echt eine TF2-Anspielung. Weil das sind so viele Hüte. Okay, die machen das Spiel einem echt leicht. Der schmeißt einem sogar Herzen zu. Äh... Ich glaub, das Spiel ist echt dazu gedacht, äh... Dass es jeder Vollidiot irgendwie schaffen kann. Das ist zu easy, you know. I do more items for sale. Wow! Really big Sword Pack. That seriously hurt! Did I mention there was also a conservative item? That really did a number one meh... Ah, I probably take like one of it! Tja, das... Auf wieder, so typisch. irgendwie so viele Gegner halt nur drei Schläge aus. Au. Vor allem das eine ist mein Hut, den ich von ihm sogar mal gekauft hab. Das weiß ich noch. Das war das Hut-DLC im ersten. Das war total toll. Ich stelle euch mal echt vor, ihr seht so einen Typen, irgend so einen Einzelhändler und der steht auf einer Klippe und beschmeißt euch mit verdammten Hüten. Au. Okay, würde er einem keine Energie schmeißen, dann wäre das doch ein bisschen schwierig manchmal. Wow. Na komm, wie viel machst du noch, Digga? Hör mal, warte mal so. Äh, 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 äh. Natürlich würde ihm das wehtun, die Dinger zu werfen. Wow. Warship. War-Head. Vor allem die letzte Phase, die ist gar nicht mal so einfach. Diesen ganzen Hüten auszuweichen. Oh. Yes. Got them all. Alright. Unfortunate. Unfortunate. You would sell the tool to your own destination. Run everything into the ground. Have this profit to your head or mention it? Wow. Das wird jetzt geil. Überhaupt nicht übertrieben. Überhaupt nicht übertrieben. Oh mein Gott. Wow, ich hab die... Oh, ich hab die Erde zerstört. Alter, wenn das mal keine Dragonball-Anspielung war, nach dem Motto, äh, hier Erde zerstört mit einem Gank Yudama. Alter. 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 Ich hoffe, ihr habt den... Ich hoffe, die Welt hat den Bon noch dafür. Ey, macht jetzt nicht mich dafür verantwortlich. Ist nicht meine Schuld. Er hat mir das Schwert gegeben. Von dem nach. Okay, ich hab acht Münzen verpasst. Ich hab zwei DLCs verpasst. Und ich hab sechs Achievements verpasst. Okay, aber da mach ich mir jetzt nicht noch ran. Ne, ähm. Okay. Ich kann euch sagen, ähm... Leute, DLC-Quest definitiv hart geil. Es macht richtig Spaß. Also, es spockt auch von den Gameplay-Mechaniken her. Es funktioniert einfach. Also, die Steuerung ist echt wunderbar in dem Spiel. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Falls ihr es noch, äh... Falls ihr es nicht schon gespielt habt. Sehr gut. Jetzt habt ihr einen schwarzen Bildschirm. Das tut mir leid.